hallo leute willkommen zurück das letzte mal haben wir einen unfall und jetzt sind wir gestrandet irgendwo und ich glaube in den gepäckdings wir mussten unser weg hier rausfinden so was machen wir ja ich war hier drin das letzte mal und ich habe nicht wirklich was gesehen das war's neues you always know a working joe something new okay oh es gibt mehr graffiti hier okay hier hoch sie klettert von alleine oder nein ich klettere das ist neu was ist das bindemitte ich weiß immer noch nicht wie das geht das ist ein altes radio okay vielleicht kann ich den alien damit weglocken oder sowas schrott ja klar schrott können wir immer gut gebrauchen hallo ist da ein alien hier drin hallo ist da wer okay zwei große türen und eine kleine türen da hinten ich gucke mal zuerst in diesem zimmer was ist das ist das ein terminal das ich benutzen kann nicht wirklich das ist den traumschiff das hat so drei tormen anstatt vier okay vergaten da ist viel graffiti überall hier ich gehe mal hier rein was werden das benutzen klar wieso nicht wollen wir das machen ich weiß es nicht also nichts ist passiert noch mal nichts ist passiert generator okay das heißt wir haben strom oder was das ist jede menge zeug das ich wahrscheinlich lesen soll super stellen sie die strom zum abflug wieder her hey leute 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 kommen wir wieder zurück leute leute hey hey was was passiert leute okay die sind von hier her gekommen was was war das super ich nehme an ich kann den ganzen zeug nehmen ich sehe keine inventarplätze so was ist das für eine tür zu was zugangscode eingeben ich habe keinen zugangscode ich habe keinen zugangscode ich habe keinen zugangscode hat das was damit zu tun ne was ist hier gar nichts okay das geht jetzt auf ich gehe mal kurz zurück hier rein habe ich etwas verpasst ist da irgendwas wahrscheinlich nicht oder ne okay das ist wieder was neues oh gott leute ich kann nicht dadurch ach kann ich durch kriechen wenn ich mal ganz klein bin ja vielleicht ja ja es geht okay okay was war das medikit baupläne ich nehme alles im moment auf den sie das dings über okay ich habe keine ahnung wie ich das benutzen kann drücken zum bauen l1 oh oh hier hier haben wir ein bisschen was okay das ist noch jede Menge Zeug okay was macht das medikit so co zu frü ont auch berichte Keine Ahnung, wir machen das und das. So, ich kann kein Medikit bauen, weil mir fehlt was. Warte, was? Nicht in den Kassen hier? Nein, okay, gar nichts. Okay, tomorrow no together future. Tomorrow together equals no future. Was zur Hölle ist dir passiert? Wow. So, das sieht aus wie ein Einkaufszentrum. Es gibt noch zwei mehr Etagen da hoch. Und das ist heruntergefallen. Okay. Oh Leute, diese Musik. Ich kann das nicht durch, ne? Nein, ist abgeschlossen. Ich bin jetzt schon paranoid. Ich dachte, ich habe was gesehen. Ist das eine Tür, dass ich rein gehen kann? Nein. Das ist doch vielleicht. Was ist das? So ein Terminal, Terminal. Äh. 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 Nötig. Hm. Kann auch nicht reingehen. Versuchen wir hier hoch. Fahrstuhl. Gift Shop. Package Claim. Ja. Das ist ein bisschen wie ein Flughafen. Was? 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 Was war denn das? Ähm. Können die mich sehen? Ich bin hier. Hier drüben. Verlaine. Verlaine. Kontaktieren sie. Die. Torrents. Oh nein. Äh. Okay. Okay. Nicht gut. Gar nicht gut. Ich gehe nicht weiter hier durch. Eindeutig. Und hier geht's auch nicht. nicht. Hier geht's unten. Okay. Uh. Diese Geräusche. So, ich brauche Strom für diese Tür. Was geht denn hier? Leuchtwacker, das nehme ich. So, Spieltisch. Ähm, okay. Geht die Hölle los, wenn ich das mache? So weit, so gut. Spaziert nicht durch diese Tür, oder? Ja, im Moment habe ich keine Sorge. Ich muss mich nicht für etwas feuchten, richtig? Sie weiß noch nicht, dass es ein Alien irgendwo gibt. Oh Gott, weiter. Wie benutze ich diese Fackel nochmal? Ah. So. Okay. Wir haben das zu aktivieren. Ich kann nicht sehen, wie dieses Licht in meine Augen... Okay. Da war etwas hier drin, oder? Julia Jones, heutiges Update. Nach mehreren Nachfragen hat Marshall Waits endlich ein öffentliches Meeting einberufen, um die auf Sevastopol kursierenden Gerüchte anzusprechen. Anstelle jedoch die erbetenen Antworten zu geben, war er weiterhin ausweichend und nur nach wenigen Minuten wurden er und sein Team von der wütenden Menge mit Gegenständen beworfen. Ein Schuss fiel, Panik brach aus und jetzt schmeißen uns Waits und der Rest seines Teams mitge- Wald aus dem Terminal. Wir scheinen auf uns allein gestellt zu sein. Freigaben. An alle Mitarbeiter. Was ist Apollo? Apollo. So. Da war nichts hier drin, richtig? Ich meine, das Licht hat... ...sich ein bisschen bewegt. Oh Gott. Okay. Da ist nichts wirklich hier drin. So, gehe ich mal weiter. Aber... ...wohin jetzt? ...was ist das? Automat. Wettespiel. Ich kann nicht hier durch. Ich weiß nicht wirklich weiter. Bestimmt fehlt mir etwas. Was nochmal hier oben? Ich mache ein bisschen Backtracking. Weil ich weiß nicht ganz genau, was ich machen soll. Da ist immer noch Zutritt verboten. Was kann ich da drin sehen? Kann ich was da drin sehen? Töp verschlossen, das weiß ich. Da war nichts am anderen Ende, richtig? Oder vielleicht die Tür geht jetzt auf? Oh, ich glaube, ich kann die Tür aufmachen jetzt. Aber jetzt gibt es Strom. Oh, nein. Und Schneider. Verstehe. Okay. Ich werde versuchen, nochmal ganz hoch zu gehen. Bevor ich weiter backtracke. Das wird mir bestimmt etwas hier... ...das ich nicht gemacht habe. ...wahrscheinlich etwas in diesem Zimmer. Weil das war super creepy, dass ich reingekommen bin. Aber ich nehme an, dass meine erste Begegnung mit dem Alien wird echt mächtig sein. Das nehme ich an, jedenfalls. Der Stecker ziehen. Der Stecker ziehen. Aufstand in Terminal. Aufstand in Terminal. Wir scheinen auf uns allein gestellt zu sein. Okay. Das ist so eine Spielhalle. Das ist so eine Spielhalle. Hier unten. Nee. Okay. Dann ganz backtracken. Ich weiß nicht, wie er sonst weiterhelfen soll, aber... Ich habe nichts da gefunden und so. Wahrscheinlich ist es direkt unter meiner Nase, aber... Ich weiß es nicht. Was hier? Wieder hier unten. Ich weiß es nicht. Haben wir jetzt Strom hier? Oder... Und ich kann hier weitergehen? Es blinkt immer nach rot. Ja, dahin kann ich nicht. Und auf der anderen Seite wahrscheinlich auch nicht. Das hat anscheinend keinen Strom. Kein Zutritt. Weil ich habe den Code nicht. Also jetzt mal gehe ich ganz zurück. So... Ich weiß es nicht. Oh, was ist das? Klar. Ich weiß es nicht. Was war hier am Ende? Muss ich durch den ganzen Kaffee-Raum gehen? Oder was? Ich glaube, da war nichts hier. So. Was ist das? Okay. Das war's. Das war's. Ähm... Ich weiß es nicht, wie ich weiterkommen soll. Weil... Weil... Gleich hier drüben... Bin ich hier reingekommen. Genau hier. So... Wohin gehe ich? Versuchen wir wieder hier. Ähm... Ich mach das alles noch mal. Es gibt nirgendwo, wo ich... Hier gehen kann. Richtig. Versuche noch mal hier hoch. Und gehe zurück. Es tut mir leid, dass ich... So weit... Zurück... Bin. Aber... Okay. Was ist passiert? Hier kann ich nicht rein. Ich brauch den Code. Hier hat kein Strom. Auf der anderen Seite... Gate B... Hatch Strom. Oh. Oh. Wollen wir das... Alles aufnehmen? Okay. 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 drücken um zu bestellen ja ok und was macht das medikit ich weiß ja nicht jetzt dass ich das habe erntet das irgendetwas wahrscheinlich nicht oder ist nichts hier rein ja klar wieso nicht ich kann nochmal speichern ich glaube ich habe alles hier abgesucht immer ducken nichts weiter hier umlegen nichts auf dem boden nichts hier in den koffern das mir helfen könnte ich brauche etwas um die türen aufzuschneiden was ist hier ist da irgendwas hier kann ich auch nicht ich kann nicht irgendwie hier runter durch oder nein das geht nicht das ist nur ein aussicht plattform nehme ich an nicht was interessantes hier was auf immer es ist es muss hier unten sein ich gucke nochmal hier drüben nicht dass ich das nur einhundertmal abgesucht habe gar nichts gar nichts gar nichts es muss in diesem zimmer sein etwas das ich da drin verpasst habe das ist eine maske für ähm für ähm die dinger schneiden das licht das licht das licht da ist kein code hier drin das habe ich schon abgespielt das licht das licht nach mehreren nachfragen hat marshal wait endlich ein öffentliches meeting einberufen um die auf sebastopol kursierenden gerüchte anzusprechen Anstelle jedoch die erbetenen Antworten zu geben, war er weiterhin ausweichend Und nur nach wenigen Minuten wurden er und sein Team von der wütenden Menge mit Gegenständen beworfen Ein Schuss fiel, Panik brach aus und jetzt schmeißen uns Waits und der Rest seines Teams mit Gewalt in den Körnel Wir scheinen auf uns allein gestellt zu sein Ich mache einen Cut und vielleicht gucke ich online, wie ich weiterkomme So dass dieser Let's Play nicht so langweilig ist Keine Ahnung, bis zum nächsten Mal, ciao